Äh, Rotkäppchen sollte ich nehmen, hab da gesagt. Sag mal! Hör mal auf, das nervt! Der kann so niedlich gucken! Das kranke Spiel an alle neuen Zuschauer. Einfach anschauen, nix sagen und am besten nix beidenken. Hast du jetzt mal auf, mit deinem Lampe auseinanderzunehmen? Wahnsinn! Entschuldigung! Ani? Ja, du bist süß. Jetzt geh weg. Oder setz dich dekorativ auf den Tisch und guck dir die Kamera ganz niedlich. Gibt bestimmt voll viele Videos. Katzenfünfzehn immer mit. Ach süß, die hat das ja auch auf. Die ist goldig. So. Wuhu, Rotkäppchen! So, wie kann ich mit Controller schnell laufen? Ah, okay. Jetzt sag mal so, wo will ich überhaupt hin? Da lauf ich schon direkt zum Wolf oder was? Ach, warte mal, die Schaukel! Die Sachen sollte ich zumindest ablaufen, glaub ich. Deswegen geh ich halt da hin. Werden die immer angezeigt da oben? Komm, die letzten 50 Milliliter Bagardi krieg ich auch noch leer. Oh Mann. Du bist ja drauf. Oh Gott, ist die putzig. Voll süß mit dem Zipfel obendran. Ich schau mich dieses Mal irgendwie gar nicht mehr so um wie letztes Mal. Hier ist wieder dieser komische Teich, oder? Der ist so verwirrend. Den verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Ich muss halt nur, obwohl ich 18 bin, Noob meinen Eltern Bescheid sagen. Ja, das ist doch okay. Ich hüpfe auf der Wippe, gleite auf der Rutsche, dreh mich im Karussell und schwinge auf der Schaukel. Hier ist irgendwie voll doof. Kann ich das jetzt alles benutzen, oder was? Nö. Aber drehen kann ich's cool. Schaukeln! Ja, mach doch! Ja, schaukeln! Huch Okay Süß Kitzeln im Bauch Steicheln Steicheln im Wind Ist klar Trollin, was denkst du ist dein Schicksal? Was ist das denn für eine Frage? Ist ja erstmal die Frage Glaubt man ans Schicksal? Glaubt ihr ans Schicksal? Glaubt ihr irgendwas ist vorbestimmt für euch? Ich glaube das war ja nicht Ich glaube man Hallo Dr. Who Fan Es gibt Fixpunkte in der Zeit Und alles andere ist variabel Und Fixpunkte würde ich jetzt nicht Als Schicksal bezeichnen Huch Woher wird sie denn hin? Ah Okay Die sammelt Dinge von alleine auf Das ist cool Ein Teddybär Ein großer Weicher Und warmer Teddybär Aber es sollte doch irgendwas mit der Wippe machen Oder nicht Kann gar nichts mit der Wippe machen Die guckt sie gar nicht an Ist das alles was ich hier machen sollte? Ja toll Ich kann mich auf die ganzen blöden Bänke setzen Was schnauft da so? Oder sägt? Oder was ist das für ein Geräusch? Ist voll creepy Hier ist sonst nichts mehr, oder? 2,37 Und zwar die Schaukel Oder war ich ja schon drauf? Mit der Wippe konnte ich gar nichts machen Gehe ich halt wieder Da hinten ist irgendwas lustiges So wie es aussieht Gehe ich halt da hin Ach da ist wieder das Nee Ich bin hier noch nicht fertig Es wird mir noch Angezeigt, dass ich da hin soll Aber was soll ich da machen? Ah Ich hüpfe Achso ja Ich hüpfe auf der Wippe Ja dann hüpft doch auf der Wippe Mach's doch Auf der Schaukel warst ja schon Wann die läuft da Morg Die macht ja nichts mit der Wippe Guck mal Wie habe ich alle noch organisiert Fürs Fantreffen ist das süß Ich möchte mit etwas Großem Um Kuscheligem spielen Das ist doch jetzt ein Teddy Da Oh Ja ja Ein Teddybär Ein großer Weicher Kuscheliger Teddybär Verstehe ich den Sinn von hier nicht Was ist das denn? Es hat Hände und keinen Kopf Nö Ah Ah Lodscher Yay Was denkst du ist ihr Wolf? Boah Weiß nicht Das Spiel ist irgendwie zu schräg Als dass ich da irgendwas Achso Okay Da kommt sie aber jetzt nicht hoch Ich verstehe nicht was ich mit ihr machen soll Jetzt hat sie sich wieder auf die Bank Wölfe sind nur Hunde Aber Wehrwölfe sind wie Menschen Alter Ich mag die nicht Ich find die doof Die ist so Obvious Ich verstehe nicht was sie Was ich machen muss Ist die Ich hab doch schon alles gemacht War doch schon bei jedem Ding Dass ich Lauf zum Wolf Haha Ja Aber ich kann doch hier noch irgendwas tun Oder nicht Sonst wird mir das doch nicht angezeigt werden Wenn ich weggehe Voll doof Guck da unten ist immer noch die Anzeige Dass ich da hin soll Das ist doch kacke Geht hier irgendwas Warte mal Das ist doch Das ist doch die Leiche Die da eine Die da vorhin rumgezogen hat Ich denk mal das eine Leiche ist Weil sonst wickelst du nichts In so ein Teppichtuch ein What the fuck Hier ist ganz viel Glitzer Guckt euch mal den ganzen Glitzer an So viel Glitzer Ist aber auch nur da Ach so Die kommt als letztes in der Das heißt ich muss erst auf die Stimmt seit ich auf der Rutsche war Bin ich nicht mehr auf die Wippe gegangen Glaube ich Ich hab Angst vor dieser Leiche Wo ist die Wippe Wo ist die Wippe 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 Ein Karussell hatte ich ja auch nicht Ging ja nicht Ist mir jetzt wurscht Naja aber Vielleicht hat Rotkäppchen einen anderen Ort Aber der wird mir ja angezeigt mit ihr Oder werden da einfach nur so Sachen in der Nähe angezeigt Ist es das Da will ich hin Da ist der ganze Glitzer Ja Die Karte freut sich auch Hipf So Jetzt hat noch irgendwas außer dem da hinten Nö Okay Da ist noch was Warum ist hier so ein Dreckiges Overlay drüber Das ist voll nervig Prost Rotkäppchens Ort ist der Friedhof Okay Aber Rotkäppchens Wolf Ist ja eigentlich der Wolf Deswegen Verstehe ich das gerade nicht So wo geht's Zu Wölfle Beziehungsweise wo geht's überhaupt irgendwo hin Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Halt, warte da. Ach, guck mal. Ach da, jetzt wird mir der Friedhof angezeigt. Da hinten ist ein Glitzer. Da hinten, da. Warte, was ist das? Da ist Glitzer. Ich nehme ihn mit. Zählt das eigentlich? Nur für den einen Spielstand, den ich jetzt spiele? Oder generell? Diese Glitzerdinger. Da hinten ist doch irgendwas. War ich da schon mal? Ach so, ja, das ist die Wand. Die wir angesprüht haben. Okay, ah. Die Steuerung ist echt zum Kotzen. Dann hätte man viel schöner machen können. Da. Aber das habe ich auch schon gefunden, oder? Ja. Äh. Hasse es, wenn das unscharf wird. Glitzer. Es tut mir immer voll leid, wenn du Probleme mit dem Streamen habt. Weil ich fühle mich immer schuldig, weil ich halt unbedingt in Full-HD streamen will. Ja, da ist das gruselige Mädchen wieder. Geh bloß weg. Da ist ein Glitzer. Oh, wie kommt denn das Klavier jetzt hierher? Warum steht denn das jetzt hier rum? Kann ich damit was machen? Ja, ich weiß ja, dass das ihrs ist, aber sie haben wir ja schon weg. Und was bringt das, diese Blumen zu sammeln? Ist einfach nur so, dass man was zum Sammeln hat, oder was? Einfach, weil Spiele Collectibles brauchen. Finde ich doof. Dann sammle ich die nicht mehr. Äh. Es ist wirklich ein Wehrwolf, oder? Es ist wirklich ein Wehrwolf. Ich hab's doch gesagt. Gruseliger Scheiß. Menschen sterben? Als Kind kann ich mir das nur schwer vorstellen. Sie sterben, und wir stecken sie in den Boden. Wie Blumen. Ja. Die Story hab ich irgendwann mal erzählt. Ich hab als Kind ja wirklich gedacht, dass Menschen, wenn sie alt werden, so wie meine Oma, dass die irgendwann halt mit einem gewissen Alter tut man die dann Halt, 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 nein, stopp, 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 stopp. Mit einem gewissen Alter tut man die dann halt in so einen Sarg, also in eine Holzkiste. Und tut die Holzkiste dann in den Boden. Und dann haut man einen großen Stein, also den Grabstein am Kopfende in den Boden rein. Und dann wird denen der Kopf zermanscht. Und dann sind sie tot. Ich dachte, das wäre der Sinn von Friedhöfen und Särgen und Grabsteinen. Naja. Bäh. Was macht die denn? Ist die irre? Die reitet auf dem. Aber der findet das nicht cool. Durch den Baum durch. Logan, Digga. Muss ich da irgendwas machen jetzt? Bäh. 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 Ein gestörtes Kind. Ja mein Gott. Okay. Das war... nicht sehr aufschlussreich. Ja. Hopp. Steh auf Kleene. Und auch keine Zeit. Oh. Achja. Jetzt haben wir ja wieder Zeit. Ne? Ja. Ja. Ganz vergessen. Und was geht? Gute Nacht Yestor. Gute Nacht Yestor. Ja. Gute Nacht Yestor. Beide Nacht Yestor. Bäh. 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 Ablegnete Nacht Yestor. Bäh. Cansom. Bäh. Hör. Ja! Ja! Dann besitze dich zu den Fan. getan, fürs Fan-Treffen, da wird nach Keksen geschrien, wird sich über den Blackstream beklagt. Ich tue mein Bestes, trotzdem irgendwie eine Twitch-Partnerschaft zu kriegen. Ich habe jemanden, der da für mich anfragen wird. Eventuell kriege ich da was hin, weil normalerweise du musst ja dreimal die Woche streamen und jedes Mal über 300 auf, ne, 500 Leute haben, 500, mindestens 500 Leute jedes Mal, die zugucken. Mindestens. Und das kriege ich halt nicht hin. Okay, jetzt geht's zur Omi. Jetzt ist die Omi der Wolf, ne, das ist schon klar. Sonst wäre hier ja nicht alles. Ehe, pfeifen können die auch mehr. Das ist ja eigentlich eine E-Zigarette. Ich muss da nur immer so ein bisschen anziehen bei so einer Pfeife. Es kommt da nicht ordentlich was raus. Oh, die Tapete war cool. Ja, 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 ich war schlecht. Es tut mir ja leid. Aber es wird halt irgendwann, es ist halt irgendwann nichts Neues mehr. Man läuft da einfach ewig rum, sucht Dinge. Das ist auf Dauer ein bisschen ein Name. Deswegen will ich mir jetzt eigentlich nur noch so grob die Sachen angucken halt von den anderen. Also die Wölfe quasi. So, heben wir uns die mal für den Schluss auf und nehmen mal die hier. Der Wolf steht für die Verlockung. Jeder lässt sich von irgendetwas verlocken und dies ist die Gefahr verschiedener Elemente und Umstände. Weißt du? Eisti geht schlafen. Gute Nacht. Was wird nach The Path gespielt? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt erstmal froh The Path zum Spielen zu haben. The Path. The Path. Gute Nacht. Gute Nacht. Trollen kannst du mir nicht zählen. Ich würde dir eine Zigarettenfirma empfehlen. Bitte was? Ich empfehle dir gar nicht zu rauchen. Die Firma empfehle ich dir. Die sieht irgendwie schräg aus. Was ist mit ihr wohl los? Warte mal, wollen wir nicht gerade... Achso, das Haus wird mir angezeigt und das... Nein, in die Richtung. Ich lauf einfach immer dahin, wo mir was angezeigt wird. Das wird mir sonst zu bunt hier. Was ist denn da los? Da ist schon wieder diese Lichtung mit dem Teich. Das ist so verwirrend. Ich hatte vier Monate aufgehört und dann kam der Winter. Ja. Ich wünschte, es wäre wärmer. Dann könnte ich schwimmen gehen. Und mit einem bisschen Glück würde ich vielleicht von einem hübschen Förster beobachten. Ah, so, so. So, so. Sie ist also so die... Lüsterne oder was? Von den Schwestern. Aber das da scheint doch irgendwie ein Ort für sie zu sein, oder nicht? Ich komm auf diese Teiche nicht richtig klar. Winter's coming. Moin. Nicht mehr das Babyspiel. Nicht mehr das Babyspiel. Brauch Pause. Wieder zurück bei Alice. Folg dem bösen Wolf, oder was? Okay. Wat? Minus 20 Grad? Mann, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Warum läuft die denn nur langsam? Das ist... Voll doof. Nervig, nervig. Dahinten blinkt was. Heißt das, dass ich da noch gar nicht war? Gibt's da ein Boot? Was ist mit dem... Mit dem... Was hat's denn mit diesem Ort da auf sich? Das ist so seltsam. Und das nervt so, dass man da nur langsam laufen kann. Ah. Viel besser. Rennen können ist so viel angenehmer. Aha, du schon wieder. Du verrücktes Mädchen. Oh. Oh. Streck dein Poppes noch ein bisschen mehr raus, Lady. Oh Mann. Kann die hier noch irgendwas mitnehmen? Wo konnte die denn was mitnehmen? Ah, endlich die Sonne. Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich, glaube ich, eine Blume. Genau wie diese hier. Außer, dass... Was? Dass dort dann nur eine... Hm. Schön, dass es mir den ganzen Text anzeigt. Das ist... So ein Quatsch. Ah, jeder bleibt noch hängen. Was mache ich denn hier eigentlich? Okay, eben. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. labeling es sich nicht so... 자�賞. Nein! Wir sind doch in keinem. Untertitelung des ZDF, 2020